So, die nächste Siegerehrung ist vorbei. Jetzt die Männer 5. Ich habe den Martin Dudas hier. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Du hast ja auch schon öfters versucht, den deutschen Meistertitel zu bekommen. Jetzt ist es dir endlich mal gelungen. Normalerweise warst du ja Männer 4-Athlet. Bei der Bayerischen warst du ja auch eigentlich Männer 4. Warum bist du jetzt in die 5 gegangen? Und ich denke mal, es war ja die richtige Entscheidung. Ja, auf jeden Fall in einem Bernhard, mein Betreuer, haben wir so ausgerechnet, dass wenn wir das Gewicht runterdrucken, dass es nichts bringt.